So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Pokémon. Wir haben beim letzten Mal Lewy besiegt. Was musste ich? Pokémon im Autokampf besiegen. Ja, ich würde gerne das nächste Areal freischalten. Oh, ich würde lieber gegen den da. Nee, nicht gegen den. Oh, es hat trotzdem gewonnen. Damit habe ich jetzt weniger gerechnet. Weil ein Areal gilt es ja noch zu... zu erobern. Da ist wieder das Hopplo, aber das haben wir schon. Ah, okay, nicht gegen jedes Golgantes. Ich schneide das gut ab. Blöd, dass man sich die BP nicht noch irgendwie kaufen kann. Ah, Mission erledigt. Fange ein Pokémon vom Typ Gif. Kriege ich denn jetzt ein Gif-Pokémon her? Ach so, ja. Ich glaube noch. Wo ist mein Savannen-Areal? Da kann ich gleich das Foto machen und ein Gift-Pokémon fangen. Und im Idealfall sogar Terra-Kristallisieren. Also quasi alle Missionen abgeben und mich freuen. Freuen ist ein ganz großer Teil davon. Wie viel habe ich denn? Wenig. Schön, dass wir drüber geredet haben. Was habe ich überhaupt für Pokémon derzeit im Team? Okay. Ich bin eindeutig an der falschen Stelle des Savannen-Areals. Warte mal. Oh, Moment. Das Terra kristallisiert zu Wasser. Aber ist egal. Besiegt. Und Terra-Kristallisiert. Terra-Kristallisiert ist wichtig. Jetzt muss ich nicht nochmal Terra-Kristallisieren. Du bist mir egal. Außerdem könnte ich es nicht. Selbst wenn ich wollte. Ich kann ein Foto von dir machen. Ich sammle zehnmal ein Item auf. Das kriege ich vielleicht. Äh, ja. Audrey, hau kaputt. Ach, hier bin ich wieder bei der Arena. Da wollte ich jetzt gerade gar nicht hin. Aber dann kann ich unsere... unseren Terra-Kristall-Orb wieder voll machen. Für mehr BP. Falls wir diese Missionen nochmal kriegen. Das Item habe ich irgendwie verpasst. Aber hier liegen ja noch... Hallo? Ist das... Manchmal wird das nicht aufsammeln. Das muss doch schon zehn gewesen sein. Oder wird man nicht? Ah ja. Ist... Ist genug gewesen. Da hat er wieder so ein 0815-Trainer. Der irgendwie Stress will. So viel Feldes haben wir noch nicht. Dann nehmen wir das mal mit. Wurde sowas entwickeln. Wenn man auch einfach was fangen kann. Weil man es nicht fangen kann. Ich verstehe. Gut, Roadrunner. Versuch's nicht umzubringen. Und wenn doch. Dann haben wir zumindest die Terra-Kristall-Mission fertig. Ich muss sagen, das war jetzt sogar ein bisschen unterwältigend. Aber ich meine, ist mehr an sich wurscht, ne? Und jetzt nehmen wir es gerade mit. Mit dem Messpaar weiß ich immer nicht, zählt das jetzt als niedriges Level oder nicht. Aber er hat's ja Wannenfarbe. Daher passt das. Riffeldes, das Knochenadler-Pokémon vom Typ Unlichtflug. 1,2 Meter groß. 39,5 Kilogramm schwer. Äh... Für Skullik geht es pausenlos auf Futtersuche. Findet es ein geschwächtes Pokémon, schnappt sich dieses und verschleppt es in sein Nest. Ja, und jetzt haben wir es in unserem Pokédex eingetragen. Auch wenn es leider kein Gift-Pokémon war. Ist das eigentlich als Mission gezählt? Ah ne, weil wir es nicht besiegt haben. Die Regeln für den Kram sind ziemlich streng, hab ich das Gefühl. Bloß nicht dagegen verstoßen. So wie mit dem wilde Pokémon fangen. Ein Raid-Pokémon zählt nicht als wild. Obwohl ich... Gerade mal den Schritt nach draußen machen würde und sagen... Domestiziert ist es aber auch nicht. Ich bin bereit, soweit zu gehen. Gibt es im Canyon-Areal Gift-Pokémon? Oder gab es im Canyon-Areal keine Gift-Pokémon? Ja, da gab es ja haufenweise Elektro-Pokémon. Elektro-Kampf. Aber nichts mit Gift. Aber ein bisschen was für Autocam. Und Hyper-Ball gefunden. Sammle 10 Items auf. Denn ihr wisstet, wie viel ich schon gefunden habe. Ja, sag mal, wo sind denn die Gift-Pokémon? Man, die so weit hin? Jetzt schon wieder bei dieser dämlichen Arena, oder? Ich teleportiere mich gleich einfach zum anderen Punkt. Ich renne irgendwie immer im Kreis. Aber das Fangen nicht als besiegen zählt, finde ich schon ein bisschen doof. Weil ich würde soweit gehen, zu sagen, ein Gefangenes-Pokémon ist auch ein besiegtes Pokémon. Ist aber vielleicht nur meine Meinung. Überrumple ein Pokémon von hinten. So, jetzt porte ich mich einfach rüber, wo die Gift-Pokémon leben. So. Ja, ich möchte an diesen Ort fliegen. 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 Ich muss bloß noch einen Pro-Mod oder sowas finden. Wasche ein Pokémon mit Pokémon Clean. Können wir gleich machen. Ich mache ein Foto von einem Savannen-Pokémon. Ich glaube, das ist gerade so möglich. Wenn wir schon mal hier sind. Was sind doch sonst immer Pro-Mod? Drei Millionen rumgelatscht. Da. Immer das da. Ich glaube, ich habe noch einen Wiederwahl. Oh-Mod, please do not resist. Danke, O-Mod. War das eine da hinten leuchtend rote Augen? Ich habe das gerade gesehen. Ach. Entschuldigung. Auf meinem kleinen Bildschirm sah das aus, als wäre das ein Tauros gewesen. Mit leuchtend roten Augen. Das war aber einfach nur ein stinknormales Pokémon. Ein stinknormales Blutzuck. Was hängt denn das gerade so viel? Man, Kürzeltat oder bin ich das? So, Küstenareal. Dahinter verschlägt es uns ja eh als nächstes. Wobei wir hier natürlich auch noch Leute verdreschen müssen. Also im Küstenareal haben wir bisher noch zu wenig Leute verprügelt. Ich setze mir vorne einen von hier aber. Geht das hier? Oder? Ja. Perfekt. Ich möchte nicht das Prick mit Beenden. Von mir aus passe ich auch das. Nein, je wurscht. Hauptsache ich habe irgendwas gewaschen. Ich wollte eigentlich das andere. Bald haben wir es. Bald kriegen wir für hier neue Pokémon. Genau hier. Nicht da vorne. So, wir sollen sich eins aussuchen. Kurelei treffe ich nicht von hinten. Weiß immer nicht, wo bei dem Kurelei vorne und wo hinten ist. Was bringt es in die Richtung? Könnte von hinten überrumpelt sein. Ist es. Mache im Küstenareal schon wieder ein Foto von einem wilden Pokémon. Weil sie das so gerne tun. Tun sie es einfach noch 30 Mal. Aber es ist tatsächlich eigentlich gar nicht so schlimm. Gerade weil es halt eine relativ einfache Mission ist. Bei der man nicht viel tun muss. Stelle eine TM her. Ich hasse es. Weil es auch in dem ganzen Bereich hier genau einen Ort gibt, an dem man das kann. Da geht es hier vorne in dem Superklassenraum auch mit TM herzustellen. Wahrscheinlich eher nicht. Ah, warte mal. Hier, sie da. Ah, der Austauschschüler. Hallo. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin jetzt Brandes-Lehrerin. Komm, das ist plötzlich. Aber wir streiten vielleicht Pokémon-Kämpfe. In der Blobber-Akademie wollen wir die Schüler dazu ermutigen, an Pokémon-Kämpfen gegeneinander. Jetzt halt zu dem. Deswegen schenken wir ihn BP. Blablabla. Versuche da erstmal gegen fünf Schüler im Küstenareal zu sehen. Du hast gegen einen Schüler in diesem Areal gewonnen. Mach mehr. Okay. Wenn sie das wollen, verprügel ich in diesem Areal auch noch einen Haufen Schüler. Kann ich machen. Kein Problem. Ich glaube, der oben bei der Lichtung ist der einzige, den wir vermöbelt haben. Aber die Lehrerin hat uns gesagt, wir sollen Schüler schlagen. Also machen wir das. Ich glaube, die Vertrauenslehrerin, die langweilt sich einfach. Kommen viel zu wenig Schüler zu ihr und sagen ihr ja. Wir haben da ein Problem. Wir werden gemobbt. Kommt einfach viel zu selten vor. Und deswegen denkt sich die Vertrauenslehrerin, ach. Wenn das so ist, dann gehe ich mal rum und sage mal den Leuten Bescheid. Ich finde schon weh in der Mumm. Wahrscheinlich, die wollen jetzt, dass wir glauben, wir hätten Dings dazu gebracht, dass er so geworden ist. Ja, nee, das mit dem Ei machen wir nicht. Ich fotografiere ein Geist-Pokémon ist okay. Im Küstenareal hatten auch irgendwo Geist-Pokémon rumgeschwebt. Ja, die wollen, dass wir glauben, wir hätten den guten Yoda zugebracht, dass er jetzt so böse geworden ist. Aber die Wahrheit ist, wir hatten damit überhaupt nichts zu tun. Das war alles die Vertrauenslehrerin. Gibt es hier Geist-Pokémon? Gibt es hier Geist-Pokémon? Bruder, dieser Strand hier ist mein geheimer Schatz. Den teile ich mit niemandem. Will deinen Strand nicht. Da gibt es eh keine Geist-Pokémon. Alles, was ich will, ist nicht fertig machen. Die Vertrauenslehrerin schickt mich. Ja, so leicht kriegst du uns nicht kaputt. Ach, das ist alles. Mehr Pokémon hat sie gar nicht. Kriegst du aber nicht sofort kaputt. Oh, das tat weh. Ja. Ja. Das ist so, du wolltest. Bye-bye, Kurdel. Vielleicht hätte ich meinen Schatz doch teilen sollen, um mehr Übungen in Kämpfen zu kriegen. Vielleicht. Das hättest du mir auch einfach sagen sollen, wo die Geist-Pokémon sind. Dann wär's dir besser ergangen. Wozu soll ich eigentlich TMs herstellen? Ich mein, hier liegen alle zwei Meta-TMs rum. Kann ich nicht einfach eine von denen nehmen? Bin ich im falschen Gebiet? War das nicht hier? Mit den Geister-Pokémon? War der festen Überzeugung, dass wir hier gewesen? Das ist so kitzvollen Stress. Na, ich soll ja sowieso noch mal ins Canyon-Areal rüber. Vielleicht was aus dem Canyon-Areal. Gut, Leute. Ihr lasst mir jetzt erstmal ein paar Kommentare an. Daumen nach oben. Und wir sehen uns, wenn's weitergeht. Mit Pokémon. Äh, die Indigo-Blaue Scheibe. Bis dann, euer Wolf. Bis dann, euer Wolf.